Uiuiui, es ist soweit, in wenigen Minuten wird hier der vierte Promi seine Maske fallen lassen und sein wahres Gesicht zeigen und uns verraten, wen er in den letzten Wochen am meisten angelogen hat. Wir wiederum verraten, welche Indizien den Star entlarvt haben und was Sie zu Hause gerade alles richtig machen. Das und mehr sehen Sie selbstverständlich gleich bei mir, bei Red. Ich freue mich, wie verrückt. Vielen Dank.